Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der vermeintlich finalen Ausgabe von Shubber Night King auf KC 93. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe nämlich gesehen, ich habe doch einige Medaillen noch dazu bekommen, war nochmal auf den Gleitvogel gegangen und konnte sogar nochmal ein Upgrade bekommen für meine Vitalität. Und ich habe mir gedacht, bei den ganzen anderen Kämpfen von der Verzauberin war es der Fall, dass man leicht runterfallen konnte. Da habe ich mich jetzt doch umentschieden. Ja, ich weiß, es hat natürlich gepasst mit der Originalrüstung, aber ich denke, es ist doch besser, wenn ich hier meinen Fallschirm habe, ja, für den Fall der Fälle. Okay. Oh, oh, okay. Und, schippet auf das Tor! Oh, okay. Moment, habe ich gerade hier gesehen? Die Dämonen von der Tür haben sich leer, habe ich so Fisspum gegeben. Psch, hier kommt keiner durch. Okay. Ah, okay, gut. Ich werde mit euch, es wird hier wieder diese Felsbrocken geben, die einen von der Seite angreifen, die lebendig werden. was nehme ich da am besten stimmt und wenn ich auch leben verliere kann ich den jahr mit dem hammer zurückholen jeks weg da ha 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 aus welchen auftritt weg mit dir jeks und die untere noch oder okay so weit so gut gehen wir mal nach unten weiter sind das wird gelatine das habe ich wunder gesehen gesundheit wunderbar moment es ist drei medaillen mein instinkt würde sagen nach rechts aber da links da ich auch was moment und alle drei medaillen auf einmal guck mal an guckt mal an da haben sie sich ja ziemlich einfach gemacht und haben einfach alle medaillen an einen punkt gesetzt gut aber ich glaube nicht dass es reicht für ein neues upgrade also wenn das jetzt auch von der verzauberin ist die hat ja vorher glaube ich sandblöcke erschaffen machte jetzt eher gelatine blöcke her und ist das ist götterspeise königsspeise vielleicht sogar ähm für den fall der felle jups äh wups pfuh glück gewesen glück gehabt er beinah schief gegangen und der letzte speicherpunkt okay ist hier irgendwo noch ein geheimnis okay okay was nehme ich am besten wenn sie angreift was wäre gut was wäre gut ich denke ich setze mich auf meinen flammsäbel ich denke der flammsäbel ist eine meiner ist damit habe ich die beste erfahrung gut zu sehen wunsch moment aha passt doch nun treten wir an königin gegen könig ne ich hab ja ich ich ja ich ich bin besser als du denn ich ich hab noch was zum trinken dabei älterpätsch king knight beeindruckend dass du es so weit geschafft hast ich muss mich bei dir entschuldigen ich habe dich unterschätzt ja ja das höre ich oft mhm ich fahre fort da ist sie folge mir hier entlang man untertarnen meine freunde meine familie steht ihr mir bei beim finalen kampf und du hast deine hofnahen gleich mitgebracht pff hofnahen stimmt ich habe alles nur keinen hofnahen danke für den hinweis du weißt doch dass du die hier nicht brauchst du bist hier der wichtigste grotesk wir stehen seite an seite als reich und völker wie es sich geziemt unsere wurzeln reichen bis tief ins wasser und unsere freundschaft ist durch respekt gewachsen und erblüht nun da ich meine eigene stimme habe hört mich an ich mag kein könig sein doch unsere scharfen liegen in formation wo sind die alle geblieben beim bei beim ersten shovel knight wo der king knight sein imperium aufgebaut hat hinter eurem mut und euren überzeugungen stecken nur angst und verunsicherung wer von euch ist bereit ein vorzeitiges ende zu nehmen kämpfe vor karking knight all unsere hoffnung ruht auf dir ah ihr zählt euch zurück gut regen frei zur ersten runde ok ja du wirst viel fliegen das merke ich jetzt schon das merke ich jetzt schon komme ja danke ok tatsache sie erschafft die gelatine zack ok das waren schon mal ein paar gute treffer ouch da liegt ein herz da liegt ein herz gibt mir das herz jetzt greift sie von unten an ist klar hui hui zack sehr schön und jetzt sehr gut sehr gut sehr gut nase kratzen nase juckt ja hups jeks nein hohoho habe ich nicht gesagt habe ich nicht gesagt es war doch gut gewesen dass ich mit den ratten das ratten ohne ohne hat mitgenommen habe ansonsten werde ich schon hinüber ouch und jetzt nehme ich denn hammer ach so moment ich wollte ja eigentlich den hammer der hammer ist ja praktisch um gesundheit zurückzukriegen weil ich wette mit euch es wird irgendeine zweite phase geben das war immer der fall dass es irgendeine zweite phase gab wobei sie fast erledigt ist alter nimm die gesundheit nimm die gesundheit schnell 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 ok herz herz lasst unsere streiter siegen wir halten zu dir king knight das sollen also die sogenannten herrscher des königreichs sein hohohoho was würdest du damit sagen hä ha ein könig handelt und versteckt sich nicht hinter einem helden lass diese feiglinge hinter dir king knight jage sie zum teufel denn du bist der wahre könig hm weise worte aber was ist ein könig ohne untertanen hm verwandeln verwandeln wir diese falschen monarchen in etwas nützlicheres ja es leben die könige hohoho womit was was verwandeln in äh wie was meint sie hä hä oh oh die nimmt jetzt ihre essenzen und was ok damit habe ich jetzt nicht gerechnet was passiert jetzt sie hat jetzt die essenzen der drei monarchen genommen und hat etwas neues erschaffen ich habe nur ein herz was kommt da ach oh hehehe servus ok ich glaube ich weiß oh volles leben danke ich glaube ich weiß wo ah ok gut 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 die ohren sind der schwachpunkt ja super sie hat also die drei monarchen genommen und sie zusammengefügt in einen mega king hä hä ha wirst du mich ja ähm ok wenn du nicht kommst dann komme ich halt ja falsch die nutzt die trotzdem aus bis zum letzten schlag hä ouch kommt sie die hand hin ok dann halt so ups auch schon ein bisschen von wem kommt jetzt das feuer ja ok ganz ruhig ganz ruhig welche bosse kenne ich ja schon bei varioland habe ich so einen boss gesehen mit riesen händen bei kirby habe ich das gesehen also ein bisschen erfahrung habe ich damit schon ouch hey 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 oh ok die kommen jetzt vom könig stolzmoor frisch geliefert die morgensteine hicks gibt das herz gibt das herz gibt das herz ja hicks und der boden fällt auch noch weg ja lookwit j oppe ja 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 jucks komm schon Okay, ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Da kommen die Goldfischchen. Lecker, lecker. Für den Snack. Nix. Höp. Okay, da am besten den Sengen-Säbel, oder? Zack. Ich hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Zack. Und beenden wir es. Ja! Erster Versuch. Schon wieder mal. Ähm. Oh. Oh. Okay, es geht doch noch weiter. Okay. Lass mich raten. Auf seine Schädeldecke? Hä? Okay. Bitte was? Was hat mich getroffen? Was hat... Ach, der hat... Der hat, glaube ich, vorher mal aus den Augen geschossen. Ob? Von wo? Ach, nee. Ist jetzt nicht euer Ernst. Zwei... Also ein finaler Boss mit drei Stufen. Okay, das gab's... Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es das bei Shovel Knight gibt. Alle anderen Bosse hatten vielleicht zwei Stufen, ja? Aber drei? Huhui. Aber das ist halt angewessen für einen König, oder? Oh mein Gott. Ich seh's jetzt schon kommen. Der letzte Teil wird schwierig sein, weil da ist kein Boden mehr. Das heißt... Oh. Moment. Wobei, das ist doch... Ach, zum Glück hab ich das gerade noch naht. Oh naht. Das heißt nämlich, wenn ich da runterfalle, ja, dann verlieh ich... Dann verliere ich zwar ein bisschen Leben, werde aber gerettet und durch die Angriffe auf seine Schädeldecke, auf sein Gehirn, auf die Großchenrinde, ja, und bam, dort kriege ich ja Leben zurück. Ach du liebes bisschen, ach du liebes bisschen. Okay, okay, ich glaube, ich habe verstanden, was die von mir wollen. Ich habe es verstanden. Oh, das war, oh, das war perfekt. Und ja, ey, okay, das geht jetzt gut. Ich glaube, das habe ich jetzt raus. Jetzt muss ich nur noch die letzte Stufe, die letzte Stufe übernehmen. Echt, die, boah, das hier nennt mich jetzt ein Anthos aus Star Fox 64, bei dem sich ja dann auch sein Kopf verändert. Okay, zack und zack, zack. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Immer auf die Schädeldecke. Hä? Zwei. Und ich kriege Leben zurück. Und andere Richtung. Bam. Hä? Oh, der verliert ja immer zwei, ein komplettes Herz. Das ist gut. Ich heile mich mal schnell. Okay, jetzt wird mir ein bisschen, ich verliere meine Herzen. Was soll denn das? Hä? 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 Ich hatte zu wenig Herzen, sonst hätte ich das überstanden. Puh. Okay, auf den ersten Blick sieht es zwar vielleicht schwer aus, aber ich glaube, das ist schon, das ist machbar, wenn man sich seine Zeit lässt. Aber das Blöde ist halt, wenn immer man da verliert, muss man hier diese Phase wieder machen. Darf ich bitte mal auf die, auf die Hand gehen? Hallo? Ach, na Dankeschön. Weil ich nicht auf die Hand gekommen bin, habe ich ganz viele Treffer jetzt sausen, habe sausen lassen. Autsch. Äh, jajajajaja. Lass mich hoch, lass mich hoch, lass mich hoch. Also, wenn ich mich heilen will, dann wäre es, glaube ich, besser in der Phase, weil bei dem ganzen Drehen, da verliere ich ja meine Herzen. Ich stehe still, die Herzen nicht. Bam. Gebt mir Herz, gebt mir Herz. Hups. Heilen, schnell, 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 bevor die, äh, da kommt die große Faust. Bam. Bam. Sehr schön. Und lass mich rottern, jawoll. Immer schön in deine Richtung, mein Freund. Hups. Ich will ins Ölein flüstern. Es ist dein Untergang. Ja, und hup. Aha, fett. Mir rutscht immer der Kopfhörer aus dem Ohr. Es ist nervig. Hups. Ah, was eingesteckt, aber was ausgeteilt. Jawoll. Okay, da nutze ich am besten. Zack, zack, zack. Sehr, 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 sehr schön, sehr schön. Und, bäh. Okay, die Phase habe ich auf jeden Fall raus. Diese Phase habe ich raus. Das ist sehr gut. Hup. Servus, hier bin ich. Gut, legen wir los. Legen wir los. Und, eins, zwei. Ich wurde getroffen. Andere Richtung. Ganz ruhig. Eins, zwei. Herzen einsammeln. Andere Richtung. Und, eins, zwei. Herzen einsammeln. Nix doch. Hä? Hilfe. Hilfe. Okay, und, eins, zwei, drei, vier. Und, das war's gewesen. Die Schädeldeckel rein. Da drehst du durch. Und, da sagt einer, da soll noch einer sagen, King Knight wäre nur alles Friedenfreude Eingekuchen. Und, das war brutal, diese Fratze. Ich hab's geschafft. Die Könige. Da hängen sie. Mein Untertan, da hängen sie alle. Das erinnert mich an die Szene von Shovenite mit dem Ohren ohne Gnade. Oh mein Gott, jetzt kommt die Verzauberin und sie sagt, ich soll sie hängen lassen. Nein. Wir haben's geschafft, King Knight. Ihr Bann ist gebrochen. Aber, hilf mir. Ich kann mich nicht mehr halten. Ja, King Knight. Du hast dich bewiesen. Komm mit mir. Vergiss diese Waschlappen. Tritt meinem Orden ohne Gnade bei und herrsch über Burgstolzmor als der wahre König. Sie ist dein. Lass einfach deine Freunde hinter dir. Ho, das würde der nie... Ähm, ich hoffe, ich kann das entscheiden. Der lässt sie doch nicht einfach da hängen, oder? Mein Junge, hör nicht auf sie. Du lässt uns doch nicht da hängen, oder? Hm, da muss ich jetzt mal überlegen. Hast du denn gar nichts darüber gelernt, was es heißt, ein König zu sein? Bitte, was soll denn bloß deine Mutter denken? Ruhe! Puh. Moment, lässt er sie jetzt hoch, oder lässt er sie runter? Was? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ho, ho, ho! Vortrefflich, mein King Knight! Grunewel des Ordens ohne Gnade! Specter Knight hat gut daran, dich zu mir zu führen. Nun, Majestät, wie soll deine erste Proklamation lauten? Zerfetzt jede Teachers-Karte! Der Wettbewerb um den Titel des Königs der Karten ist vorbei! Die einzige Krone, die noch zählt, ist meine! Und deshalb hat man die später nicht mehr gesehen, so, so! So sei es! Die Armeen des Turms des Schicksals machen sich in diesem Augenblick zum Abmarsch bereit. Nun komm, Majestät! Lass uns endlich ein neues Königreich im Feuer schmieden! Ernsthaft, damit habe ich nicht gerechnet, dass er sich hier gleich der Verzauberin anschließt. Ja, weil eigentlich sieht man ja in Specter of Torment, wie er sich erst anschließt, nachdem man ihn besiegt. Aber nein, oh mein Gott, der Kleidvögel wird eingenommen. All unsere, in Anführungsstrichen, Freunde werden jetzt verscheucht. Ach, du liebes bisschen. Ich meine, jawoll, der King Knight wollte natürlich ein König werden, aber dass er wirklich alles andere opfert, was er sich bis dahin gekämpft, aufgebaut hat, Haus des Teachers. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ein Ende einer explosiven Leidenschaft. Alles wird zunichte gemacht. Abfischteich. Was wird hier passieren? Sie haben immer untergetaucht. Ich verstehe, du tust dich jetzt zurückziehen, damit ihm niemand schaden kann. Panzerposten. Und mit der Bass, heißt der, der hat da noch seine Rüstung. Und hier landet der Laden. So ist der Laden dort hingekommen. Schöner shoppen. Und dort kriegt er seine Rüstung. Es fällt alles in seinen Platz. Turm des Schicksals Specter Knight. Moment. Die Jagd geht weiter. Ach, sozusagen war das nach dem... Oh, verstehe. Man weiß ja nicht, wie viel Zeit. Ich gehe gleich drauf ein. Eisenwald. Treasure Knight. Das war also der Fisch, den er fangen wollte. Macht über das Meer. Verstehe. Der kämpft für ihn. Er tut... Und so kriegt er die Kiste. Er zähmt das Biest. So was finde ich wirklich cool. Wie sie zeigen, wie alles, was in der Vergangenheit war. Halle der Helden. Und der... Das found hier mal die Bilder. Kleine... Phantomfechten. Und dort kommen auch die Geister hin. Wo sind die Bilder, die man da in dieser Halle sieht, das sind alles von den Leuten, die für den Kickstarter gespendet haben. Die Heimstatt. Oh je. Der arme König. Der arme Gocke. Für die Betrogenen. Also die Heimstatt für die Betrogenen. Verraten von ihrem König. Von ihrem Champion. Flatterfelsen. Einladung angenommen. Ach, die haben eine Einladung bekommen und schließen sich ohne großes... Sie schließen sich dem Ohrn ohne Gnade an. Ja gut, wobei die wurden ja auch von Specter Night besiegt. Und dann haben sie die an Einladung bekommen. Und jetzt sehen wir wieder... Oh je. Oh, sind die beiden jetzt doch zusammengekommen. Bitte, mein Junge. Sei doch vernünftig. Ohoho. Aber ich bin doch... Ich bin doch vernünftig. Denn jetzt bin ich dein König. Wenn du ein Almosen brauchst, wisch den Boden auf. Ha ha. Und so tat er es auch. Wie man in anderen Spielen sieht. Ach je. Was haben wir da nur aus der Taufe gehoben? Und... Wohin soll ich nun? Keine Sorge. Du kannst im alten Zimmer von King Knight bleiben. Mich düngt, er hat in diesem großen Schloss mehr als genug Platz. Aber das ist doch mein Zimmer. Äh, ich meine, schön von mir. Äh, ich gebe ihm gerade die falsche Stimme. Aber das ist doch mein Zimmer. Äh, ich meine, schön von mir aus. Vegetiere ruhig im Dreck meiner ehemaligen Heimstatt vor dich hin. Ich habe ein Schloss und ein Königreich, um die ich mich kümmern muss. Ich denke, ich habe alles verloren. Doch solange ich deiner ansichtig bin, mein Liebling, bin ich ein reicher Mann. Gehen wir also. Nein, nicht mal deine Greifen gehören dir. Bedauere, deine beiden Schusstiere bewachen hier schon meine Brustwehr. Ich bin hier nicht von der Wohlfahrt oder so. Ha, nun gut. Dann kümmere dich gut um alles, was ich hier aufgebaut habe. Mich düngt, du hast endlich dein Königreich, King Knight. Ich hoffe, das war es wert. Die tun mir so leid. Mama, warte. Mama. Nun, endlich ist das ganze Pack. Und meine Mama fort. Zeit, an die Arbeit zu gehen, meine treuen Untertanen. Wir werden hier ein paar gewaltige Verbesserungen vornehmen. Und so, meine Damen und Herren, ist King Knight zum König von Stolzmoor geworden. So wurde King Knight ein Mitglied des Ordens ohne Gnade. Was ich sagen wollte, ist, man weiß ja nicht, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Rekrutierungen vergeht. Und was alles passiert. Das bedeutet, es spielt zeitlich ungefähr zu der... Ein bisschen vor Specter of Torment, ja. Also der King Knight ist auf die Reise gegangen. Er wollte der König der Karten werden, ja. Nun haben wir herausgefunden, das war ein Rekrutierungsprogramm von der Verzauberin, um ihn zu ihr zu führen, ja. Und nachdem der Specter Knight gegen ihn gekämpft hat, ja. Das war er zwar jetzt nicht im Schloss Stolzmoor, wie es bei Specter of Torment der Fall war, aber er hat gegen ihn gekämpft und er hat ihn zu der Verzauberin geführt. Und sie hat ihm natürlich jetzt hier schön alles hier geredet. Ja, du bist der König, du bist die Majestät, nur du bist wichtig. Danach hat er sich angeschlossen. Und dann hat man gesehen, wie alles in seinem Platz gefallen ist. Wie die Leute in die Heimstadt gekommen sind, wie der Shop dort gelandet ist, wie sich die anderen Ritter angeschlossen haben. Und danach würde er so sagen, nach den Ereignissen von King of Cards würde man noch die anderen Ereignisse gesehen, von den anderen Rittern, von Specter of Torment und Plague of Shadows war ja eine Parallelgeschichte zu den Ereignissen von Shovel Knight, Shovel of Hope, was ja das Originalspiel war. Aber wirklich, es erklärt, wieso er da jetzt alleine endet. Er hat alle seine Freunde, alle seine Untertanen, die er versammelt hatte, hat er geopfert. Er hat sie aufgegeben, damit er seinen Platz als König hat. Und sogar seine liebe Frau Mama hat ihn verlassen. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie sieht man sogar in den anderen Teilen. Aber da wusste man gar nicht, dass es seine Frau ist. Glaube ich. Oder Moment, ist sie diejenige, die in den anderen Teilen, die in Shovel Knight die Sachen kocht? Nee, das macht ein Typ, oder? Ich bin mir nicht sicher. Aber es kann sein, dass man sie sieht, aber man kannte sie halt noch nicht als Mutter von King Knight. Meine Güte. Also mein Resümee ist, es schließt wirklich das Ganze ab. Sie wollten ja für drei Charaktere ein DLC machen, eine DLC-Kampagne. Diese drei, Specter Knight, Black Knight und King Knight, haben die Abstimmung gewonnen. Und ich muss sagen, jede der DLC-Kampagnen hatte etwas eigenes Tolles. Bei Black Knight hat mir die Parallelgeschichte gut gefallen. Einfach das, man sieht die Charaktere aus einer anderen Sicht. Bei Specter Knight hat mir der Charakter gut gefallen. Der Sensenmann, der hier andere besiegt und untertan macht. Und King Knight, da hat mir das Gameplay sehr gut gefallen. Es hat wirklich, es hat an die Vario-Spiele erinnert. Man hatte viele Level, man konnte Gold sammeln, man konnte neue Sachen freisammeln. Der Kartenspielabschnitt, okay, war eine schöne Idee. Mich persönlich hat es jetzt einfach wenig interessiert, weil ich bin einfach, mich haben einfach mehr die Level interessiert, ja. Und die Items freizuschalten, also. Ich hätte es verstanden, ich verstehe es wegen der Story dahinter, dass er halt der König der Karten ist. Aber er hat ja nicht mal gegen die Teachos-Titanien-Karten-Spielen gekämpft, sondern hat so gegen sie gekämpft, ja. Und daher, es hätte mich jetzt nicht, ich hätte es jetzt nicht schade gefunden, wenn sie das weggelassen hätten. Vielleicht spiele ich die Kartenspieler einfach so mal für mich, ja. Einfach so für zwischendurch, aber ansonsten, äh, sie waren für mich nicht so interessant. Aber trotzdem, an sich hat das Spiel mir wirklich sehr gut gefallen, weil es hatte einfach das Gefühl, man hatte sehr viel zu tun. Auch da ist ja die Specter Knight-Elfe, die ich mir ausgesucht habe, sehr schön. Feen-Favorit, Feen der Folter. Ja, 188 verlorene Leben, ach du liebes bisschen. Spielzeit, 14,5 Stunden. Meine Güte. Landkarte 100%, Karte 21%, also die Karten, die Spielkarten. Gegenstände 81%, gesamt 67%. Na, das kann sich doch sehen lassen. Danke fürs Spielen, danke für dieses tolle Spiel und produziert von Yacht Club Games. Ich hab schon gesehen, es ist ein neues Spiel in der Mache. Es hat nix mit Shovel Knight zu tun, aber es hat was mit Ninjas zu tun, ja. Äh, mir fällt gerade der Name nicht ein, aber das Spiel hab ich mir schon auf meine Liste geschrieben, weil... King Knight hat, das mit den Rittern hat mich interessiert. Oh, es geht weiter. Ja, endlich, nach all den Prüfungen ist endlich alles so, wie es sein soll. Wetten, jetzt kommt Shovel Knight durch die Wand gebrochen? Kein Fisch, keine Hühner und keine Musikanten, die mich stören. An meinen Stiefeln klippt keine Apfelsspucke mehr. Und ich habe auch noch die letzte Teacher's Karte aus meinem Königreich verbannt. Und das Beste ist, dass mein Schloss ein funkelnder Schrein güldener Opulenz ist. Ein würdiges Monument meiner Herrlichkeit. Endlich kann ich auf meinem Drohnen Platz nehmen und mich in meiner eigenen Perfektion sonnen. Ich werde euch schaffen, halt kommt durch die Wand und dann schließt sich wirklich der Kreis. Nun werde ich König sein. Für immer. The End? Fragezeichen? Hä? Bevor ich jetzt weiter drücke, ja. Also insgesamt hat mir das Spiel wirklich Spaß gemacht. Und es gibt ja jetzt dieses Shovel Knight Showdown. Vielleicht mache ich dazu mal ein paar Videos. Ich werde es mir mal anschauen, ob sich das lohnt. Weil das ist, sag ich mal, ein Versus-Game, was sich eher anbietet, mit anderen Leuten zu spielen. Wer weiß, wer weiß. Aber ansonsten wäre es das gewesen mit Shovel Knight. Leider, leider. Aber alles Schöne muss auch mal zu einem Ende kommen. Aber ich habe, wie gesagt, mir dieses Ninja-Spiel auf die Liste geschrieben, weil das mit Rittern und Königreichen und so hat mir sehr gut gefallen, die Thematik. Und wenn sie ein vergleichbares, gutes Spiel mit Ninjas machen können, auch dafür bin ich offen. Und ich drücke weiter. Passiert was? Tatsache! Wer kommt denn da, der Shovel Knight? Und das war die Geschichte, wie King Knight zum König wurde. Neues Spielplus verfügbar. Eine neue Prüfung erwartet dich. Wähle ein abgeschlossenes King Knight-Profil, um zu beginnen. Freigeschaltet Herausforderungsmodus. Zeige dich in all deiner Glorie aber eine neue King Knight-Herausforderung. Wähle den Herausforderungsmodus, um zu beginnen. Freigeschaltet Soundtest. Genieße Musik aus King of Cards. Wähle Soundtest und lausche wie ein König. Alle Spiele durchgespielt. Unfassbar! Du hast jedes Spiel von Shovel Knight Treasured Rove durchgespielt. Da haben wir doch glatt eine ganz besondere Nachricht für dich. Oh, bitte was? Was denn? Eine Nachricht? Oh, weil ich alles gespielt habe. Ich bin gespannt, was kommt. Alle Spiele durchgespielt. Achso, ist das jetzt so? Wir von Yacht Club Games möchten dir von ganzem Herzen gratulieren. Du hast jede Kampagne von Shovel Knight durchgespielt und das ist nun wirklich nicht leicht. Du hast es wirklich drauf. Vielen Dank, dass du uns bis zum Schluss treu geblieben bist. Wir wissen deine Begeisterung und die Zeit, die du mit dem Spiel verbracht hast, sehr zu schätzen. Freut mich. Wir sehen uns bei unserem nächsten Abenteuer wieder. Bis dahin, bitte erkunde weiter das Spiel, bis du jedes Geheimnis gelüftet hast. Och, das ist jetzt wirklich schön. Dass dir hier Respekt zollen gegenüber den Spielern, die wirklich jedes Spiel von Shovel Knight durchgespielt haben. Und ja, von 2013 bis 2019, es ist wirklich über sechs Jahre verteilt, haben sie diese vier Spiele gebracht. Es waren ja nicht nur wirklich DLCs, es war wirklich, jede Kampagne war ein Spiel an sich. Ja? Und ich bin wirklich gespannt, was Yacht Club Games noch bringen wird. Und jetzt ändert sich auch hier das Bild. Alle Ritter sind hier. Och. Es war eine Reise, aber wie Sie schon gesagt haben, es war nicht leicht. Und es hat sich gelohnt, einfach das Gefühl zu haben, ich habe alle Spiele geschafft. Dieses Spiel hat mir so viel Freude, so viel Unterhaltung geboten. Und euch, meine Damen und Herren, hoffe ich, hat es auch sehr viel Unterhaltung geboten. Und was immer Yacht Club Games in Zukunft bringt, ich schaue mal, ob mich das auch so begeistern kann oder halt interessieren kann. Und dann wird noch weitere Spiele davon kommen. Wie bin ich damals eigentlich auf Shovel Knight gekommen? Durch ein, ich habe es durch ein Let's Play gesehen. Durch die Demo, die damals, äh, das war ja glaube ich 2013 oder so, kam glaube ich eine Demo raus. Die haben manche Leute gespielt. Ich habe ein Let's Play gesehen und dachte mir, ey, das sieht aus wie ein interessantes, lustiges Spiel. Ich, ich tue mir das mal an und das erste Spiel hat mir gut gefallen. Und dann habe ich mir gleich das andere, das Treasure Trove geholt. Und dadurch hatte ich schon die, hatte ich schon die Garantie, dass ich auch die anderen Teile spiele. Und jeder Teil hatte etwas Gutes. Ja, es war herausfordernd, es war anstrengend, aber ich habe es gemeistert und ich bin stolz darauf. Und ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen dieses Finale von Shovel Knight King of Cards, dieses Finale, Finale von Shovel Knight Treasure Trove gefahren hat, lassen Sie es mich. Bitte wissen und empfehlen Sie es Ihren Freundinnen und Freunden weiter, damit deren Langeweile verfliegen kann. Ansonsten, was wird als nächstes auf meinem Kanal kommen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich habe ein paar Ideen. Aber lassen Sie sich überraschen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, 493 Jovo, I love to entertain you. Tschüss. Und goodbye, bis zum nächsten Projekt. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.